Hallihallo, Tenorhan, Bariton-Jahreskalender. Jetzt geht's weiter. Und diesmal habe ich für euch jetzt nicht hier einen großen Star an meiner Seite, sondern ein junges Talent. Und den möchte ich euch jetzt vorstellen. Er kommt aus Kapel Windeck, aus Bühl, aus dem baden-württembergischen Bühl. Da stammt auch meine Mutter her. Und ich habe ihn kennengelernt und ich bin wirklich sehr angetan von seinem Talent, denn er hat wirklich auch die Gabe, hier mit ganz viel Herz zu spielen. Und das ist für mich sowieso immer das Wichtigste. Und deswegen möchte ich jetzt mit ihm zusammenspielen. Ja, in letzter Zeit haben sich einige Sehnsüchter aufgebaut bei uns. Und deswegen wollen wir jetzt für euch spielen, nämlich der Tobias Schultheiß und ich, die Sehnsuchtsbolka. Viel Spaß dabei. Ja, ba, da, 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 da. Ja, ba, da, da, da. Ja, ba, da, 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 da da. Ja, das war's für den Oktober. Weiter geht's im November. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Tobias hat es super gemacht, oder? Was meint ihr? Perfekt. So, wir verabschieden uns jetzt mit einem schönen. Badischen Tannenzäpfle. Zum Wohl. Zum Wohl.